Willkommen in Berlin. Willkommen in Berlin. Willkommen, ja, wenn du... Ich habe Körbe ausgehakt. Fremde, étrange, stranger... Sind Sie noch in Berlin? Glücklich zu sehen. Tschüss, wie so schön. Hast du etwas mit der Arbeit zu tun? Happy to see you. Lire restet still. But you speak English, you speak a beautiful. Bitte sprechen Sie weiter. Körbe ausgehakt. Nichts wie Körbe ausgehakt. Körbe ausgehakt. Kenn ich Ihre Bücher? Das würde mich wundern. Bücher gibt's nicht. Buch. Ein Buch. War es ein großer Erfolg? Man nannte es... eine Hoffnung. Das kann man auch nicht ignorieren. Das sind unsere Freunde. Ja, aber das hier ist etwas Sicheres. Das hier? Was zum Teil ist das hier? Du redest immer über das, als ob das wirklich existiert. Das hier ist das hier? 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 Vielen Dank.